Mit der Lens Distortion kann man auf verschiedene Arten umgehen und ich geht zunächst mal wieder zurück in den Movie Clip Editor, drücke F für Vollbild und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also gerade hier sieht man glaube ich die Linien sind nicht ganz gerade, also auch wenn es durch die Perspektive vielleicht nicht auffällt, hier das ist so ein kleines bisschen gekrümmt und um das nochmal zu verdeutlichen, können wir in den Distortion Modus gehen und zwar ist es auch hier, also das ist der Distortion Modus und hier kann ich mir erstmal ein Grid, also auch ein Raster anzeigen lassen. Hier bei Display, ein Häkchen bei Grid und das sind jetzt erstmal alles gerade Linien. Und um jetzt die Lens Distortion anzuzeigen, kann ich hier bei der Camera Data in das Lens Distortion Feld gehen und diese drei Werte verändern. Der dritte wird eigentlich ganz selten gebraucht, also in der Regel kommt man schon mit dem ersten recht weit, K1 und K2, das sind einfach so bestimmte Methoden, um diese Lens Distortion zu beschreiben, ein bestimmtes mathematisches Modell. Ich kann einfach mal zeigen, was passiert, wenn man diese Regler bewegt, also je größer dieser Wert wird, desto stärker wird hier die Verzerrung und diese Verzerrung geht, je nachdem ob das hier ein positiver oder ein negativer Wert ist, in zwei verschiedenen Richtungen. Also wenn das negativ wird, dann kommt es hier zu so einer Kissenverzerrung, wird also hier so rund, die Ecken werden nach innen bewegt und bei einem positiven Wert ist es genau der Gegenteil der Fall. So gerade diese Weitwinkelobjektive haben in der Regel so eine Verzerrung. Also besonders dieses Objektiv, was ich verwende, das verzerrt sich eigentlich immer so, dass hier so ein Kissen draus wird und wenn ich jetzt zusätzlich noch diesen K2-Wert verändere, dann sieht man, das wird jetzt noch extremer, allerdings beschränkt sich jetzt diese Verzerrung vor allem auf die Seiten und die Mitte bleibt gerade. Wird dieser Wert positiv, ist das nochmal anders. Dann wird das auch in der Mitte wieder gerade, aber nach innen. Also das sind zwei Werte, die hier so zusammen miteinander dieses Raster verzerren und wenn diese Werte hier exakt zu der Lens Distortion von meinem Objektiv gewählt werden, kann Blender natürlich die Bewegung der Kamera besser errechnen. Denn mit der Linsenverzerrung verschieben sich natürlich auch diese einzelnen Punkte. Das heißt, diese Punkte wandern jetzt nicht in einer ganz normalen geraden Linie über die Footage, sondern werden zusätzlich nochmal durch diese Lens Distortion verzerrt und das kann natürlich die Kamerasolution auch verwirren, gewissermaßen. So, aber mit diesem Raster kann man natürlich jetzt noch nicht so viel anfangen. Daher gibt es noch eine Methode, um sich diese Lens Distortion zu überlegen. Und zwar, wenn man in der Footage gerade Linien hat, wie hier zum Beispiel, dann könnte ich mit dem Grease Pencil eine gerade Linie darüber zeichnen. Und ich stelle jetzt mal das Grid wieder aus und halte jetzt die D unter die Steuerungstaste gedrückt, denn dadurch kann ich eine gerade Grease Pencil Linie zeichnen. Und wenn ich jetzt hier so die Linie drüber ziehe, dann sieht man vielleicht, die darunter liegende ursprüngliche Linie, die ist ein bisschen gekrümmt. Also das ist nicht mehr ganz gerade. Und so kann man sich jetzt hier alle Linien, wo man eigentlich denkt, die werden ganz gerade, hier so nachzeichnen und überprüfen, ob das wirklich alles ganz gerade ist und ob das alles so hinhaut. Also hier der Effekt ist wirklich nur minimal, aber ich denke, man kann das erahnen. Und wenn ich jetzt hier eine Lens Distortion angebe, dann kann ich damit diesen Grease Pencil verzerren. Also wenn ich jetzt hier einen negativen Wert verwende, dann sieht man, wie sich jetzt diese Linie so nach außen biegen. Natürlich darf man das nicht zu extrem machen, aber bei kleinen Werten von minus 0,1 zum Beispiel nähert sich das hier dieser Originallinie schon etwas weiter an. Den K2-Wert kann man auch verstellen und da muss man immer gucken, ob das jetzt hilft oder also wie weit man damit kommt. Im Grunde ist das hier so eine wirklich so eine Pi mal Daumen Angelegenheit. Auch so ein bisschen Erfahrungswerte spielen damit rein. Jedenfalls kann ich jetzt, wenn ich diese Linien jetzt hier so nachgezeichnet habe, das Ganze nochmal neu berechnen lassen. Und in diesem Fall verwende ich jetzt mal den Shortcut Umschalt S für Solve Camera. Und man sieht, dass dieser Wert jetzt kleiner geworden ist. Also der Solve Error, der Auflösungsfehler, der ist jetzt bei unter 0,5. Und das ist auch gut so. Denn diese Zahl zeigt Pixeleinheiten an. Das heißt, der tatsächliche Marker, also zum Beispiel jetzt dieser, der liegt jetzt 0,5 Pixel entfernt von dem, was Blender als 3D-Marker errechnet hat. Ich kann diese 3D-Marker auch hier anzeigen mit diesem Häkchen. Man sieht jetzt hier so einen grünen Punkt. Und das zeigt mir jetzt also, dass der errechnete Wert 0,5 Pixel entfernt ist von meinem tatsächlichen originalen Marker. Wenn diese Werte falsch sind oder dieser generelle Solve Error zu groß ist, dann werden diese 3D-Marker auch rot dargestellt, um zu zeigen, dass es hier einen Fehler gibt. Ich kann das ja mal erzwingen, indem ich den jetzt hier wegbewege. Und jetzt sieht man, also der tatsächliche 3D-Marker ist jetzt rot dargestellt, weil der zu weit weg ist von meinem Marker, den ich hier getrackt hatte. Und der Vorteil davon, diese Lens Distortion zu berechnen, liegt jetzt darin, dass ich eine akkuratere, bessere 3D-Kamera habe. Und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, bewegt sich die Kamera jetzt noch besser. Aber eine Sache stellt man fest, nämlich besonders hier oben sieht man, wie dieses Feature, dieser Punkt jetzt so wegfliegt. Und das liegt daran, dass Blender jetzt das Ganze errechnet hat mit einer Lens Distortion. Das heißt hier, diese Footage ist ja noch verzerrt durch das Objektiv, aber die Kamera verhält sich jetzt, als sei das nicht der Fall. Also da hat Blender dafür kompensiert. Jetzt gibt es hier aber ein Häkchen, nämlich Render Undistorted. Und wenn ich das aktiviere, dann ist erstmal alles weg. Aber wenn ich hier von der Proxy Size umschalte auf meine Original-Footage, dann sieht man jetzt, das sind jetzt alles gerade Linien. Also ich kann hiermit jetzt das Bild so umrechnen, als wäre diese Lens Distortion gar nicht erst passiert. Und hier sieht man jetzt auch schön, wie gerade an den Seiten das Ganze jetzt entzerrt wird. Allerdings, wenn ich mir das hier so anschaue und vor allem auch diese Säule, dann scheint das jetzt eigentlich schon fast in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Also hier war diese manuelle Pi-mal-Daumel-Methode nicht wirklich akkurat. Es gibt jetzt aber noch eine Methode, die Lens Distortion zu berechnen. Und zwar nicht durch so eine Pi-mal-Daumel-Methode, sondern indem man Blender einfach die Wahrscheinlichkeit von der Platzierung dieser Marker überprüfen lässt. Also wie das jetzt genau im Einzelnen funktioniert, das kann ich jetzt nicht erklären. Aber es gibt hier in dem Solve-Panel gibt es noch das Refine-Menü. Und hier kann ich einstellen, zum Beispiel, dass Blender die Focal Length, also die Brennweite errechnet, oder zum Beispiel die Brennweite und den K1-Wert oder auch K1 und K2. Und das funktioniert umso besser, je mehr Marker man hat. Und zwar besonders Marker, die auch hier am Rand sind, denn hier im Zentrum ist es ja nicht wirklich ersichtlich, wie stark die Lens Distortion ist. Und damit Blender jetzt wirklich genau weiß, wie die Lens Distortion aussieht, müsste man hier noch außen auch noch ein paar Marker tracken. Ich denke, dass für unsere Zwecke das jetzt aber so reicht. Ich möchte nur mal kurz demonstrieren, was passiert, wenn ich jetzt Umschalt-S drücke. Also jetzt hat Blender nochmal einen besseren Solve-Error errechnet. Und man sieht jetzt auch hier, die Focal Length hat sich verändert. Und der K1- und K2-Wert, der wurde jetzt auch angepasst. Allerdings sieht man jetzt hier, das sind relativ extreme Werte. Extrem deswegen, weil, und das schauen wir uns nochmal jetzt im 3D-Viewport an, weil hier jetzt da nochmal mehr entzerrt wird. Das heißt, durch diese relativ großen K1- und K2-Werte wird jetzt wirklich viel verzerrt, beziehungsweise entzerrt, ist ja auch gut. Aber man verliert eben auch viel von dem Bild und durch dieses Entzerren werden diese Pixel hier gestretched und dadurch wird das Ganze natürlich auch etwas unschärfer. Deswegen würde ich auch jetzt nochmal versuchen, hier etwas zu tricksen. Und zwar, statt jetzt noch mehr Marker zu tracken, was wahrscheinlich die beste Möglichkeit wäre, aber eben noch Zeit dauern würde, würde ich jetzt manuell diese Werte kleiner machen. Man sieht ja hier, K1 und K2, die halten sich in etwa die Waage. Das heißt, wenn ich jetzt weniger Lens Distortion haben will, dann kann ich diese Werte einfach kleiner machen. Und zwar nehme ich da jetzt mal minus 0,1 und plus 0,1. Und diese K1- und K2-Werte, die haben sich ja auch auf die Focal Length ausgewirkt. Deswegen müsste ich jetzt auch die nochmal manuell einstellen. Oder, das wäre jetzt die elegante Alternative, man stellt manuell die Lens Distortion ein und lässt Blender dann die Focal Length errechnen. Und zwar abhängig davon, was ich hier eingestellt habe. Und jetzt berechne ich das nochmal mit Umschalt S. Und dieser Solve Error, der liegt jetzt auch genau zwischen dem, was wir vorher hatten und der Automatik-Methode mit diesem K1- und K2-Wert. Die Focal Length hat sich jetzt nicht groß geändert. Und das liegt daran, dass wir schon ziemlich nah dran waren. Und immer wenn man zu nah an dem originalen Wert dran ist, dann wird dieser Refinement-Schritt gar nicht erst ausgeführt. Und das ist ja auch in Ordnung. So, und das Gute daran ist jetzt, dass wir eine Solution haben, die relativ gut ist. Wir haben auch eine Lens Distortion berechnet. Das wird jetzt hier etwas entzerrt, aber eben nicht zu stark. Deswegen würde ich jetzt das mal als unsere finale Kamera-Solution so lassen. und der nächste Schritt wäre dann Compositing. Aber das machen wir dann in einem nächsten Kapitel. 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 Vielen Dank.